Moinsen und willkommen zu einem kleinen React Video. Heute ist es endlich soweit, der Battlefield 2042 Reveal Trailer ist da und den sehen wir uns jetzt gleich an und wir reacten natürlich wie es sich gehört darauf. Abfahrt, endlich ist es soweit, vielleicht beginnt das Video auch, nicht? Kein Bock, jetzt geht los. So, 2042, es wird futuristisch. Mal schauen, was bei rumkommt. Ich habe ihn noch nicht ganz gesehen. Es sieht schon mal mega, mega mäßig fett aus einfach. Das ist eine Osprey, ne? Moment, Moment, Moment. Dieses Plateau erinnert euch doch bestimmt an Dama One Peak, oder? Dama One Peak kennt jeder aller mit dem Base Jump. Richtig geil, genau. So sieht es aus hier. Wow, okay, alles klar. Also die Osprey ist schon mal richtig abgefuckt und es gibt ja auch Wingsuits. Also ich bin mega gespannt einfach nur. Und das, das sieht aus. Das ist die Evolutionsstufe vom EOD Bot, das hier. Der, der Kollege da, ich kriege den nicht scharf. Das ist der Kompagnon vom EOD Bot aus Battlefield 3, 100 pro. Okay, es geht, es geht mega ab. Es geht mega heftig ab. Ich muss mich jetzt leise machen hier. So. Alter Verwalter. Oh, ho, 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 ho. Alles klar. Das sieht nach. Was ist hier los? Oh, okay, Kollegas. Was ist hier denn los? Jetzt wird es gleich richtig abgehen. Ich habe so das Gefühl, es geht gleich richtig ab. Alter. Okay. Alles klar. Alter Verwalter. Ey, wenn das, lass es bitte einfach wirklich so werden, dieses Game. Oh, Luftkissenfahrzeuge gibt es auch. Alter. Ist, ist nicht wahr, oder? Nee, aber nicht ins Weltall. Nee. Alter, wie viele Spieler da einfach überall sind. What the fuck, man. Alter, okay. Alles klar. Erstmal eingedreht. Ey, 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 ey. Holy shit. Alter. Mega erschrocken einfach. Die Little Birds. Die Little Birds sind da. Yo, die Little Birds, Ella. Alter. Ja, Quads gibt es auch. Nice. Haha, der Zivir Bomber. Wer kennt ihn nicht? Früher Battlefield. Einfach auf dem Quad. Zivir drauf und rein. Ja, die kennen wir auch noch. Oh, ho, 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 ho. Ist wirklich so passiert. Gibt Clips, wo sie das wirklich so gemacht haben. Also, nicht so animiert, aber es ist möglich. Definitiv. Alter, Herr Walte, geht's ab. Krass. Little Bird wieder oben drüber. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ist halt etwas futuristisch. Deswegen auch 2042. Aber. Mega geil bis jetzt. Was ist mit ihm hier? Ei, 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 ei. LOL, ein Tuk Tuk, oder? Dein Taxi. Wohin fahren die? Oh, shit. What the fuck? Was passiert jetzt? Scheiße, Mann. Jungs, ihr seid im Arsch. Fly, walk, fly. What the fuck? Okay. 13. Juni 2021. Ich brauche dieses Spiel sofort. Alter. Mega geil. Mega geil. Wir werden da noch fertig laufen hier. Komm, die letzten paar Sekunden. Also, mega, mega mäßig futuristisch. Von dem, vom Setting her. Also, wie das Ganze hier so aussieht, richtig modern gehalten. Fahrzeuge natürlich ohne Ende. Man kennt es vom Battlefield. Ich brauche dieses Spiel. Ich brauche sofort dieses Spiel. Ich gehe jetzt los und hole mir dieses Spiel. Leute, wir sehen uns. Tschüssikowski reingehauen. Wiederschauen. Ich bin Oops'! Eine Möckelung.